hallo meine lieben und freundinnen und freunde der volksmusik herzlich willkommen zu let's play resident evil nummer 6 episode nummer 12 und schicke kabel hier ja und keine ahnung wir sind hier irgendwo gelandet und müssen darunter mit unseren netten kollegen und ich habe jetzt die schwierigkeit auf leicht gestellt weil ich die schnauze voll was ist da hinten ist nichts merke außerdem schönen pc ja ich will mir das spiel eher so und da ist zu gehen da geht es überhaupt nicht aus ich will mir ja so ein spiel eigentlich mehr so anschauen wir ein bisschen hoppla da läuft alles und das blöde ist da ist jetzt ein quicktime event nach dem anderen und ja bitte nicht böse sein aber das gibt mir voll auf sämtliche müssen wir da rein oder voll auf sämtliche ja wo war ja wartet springen und linken trüger drücken oder wie ich nicht ach so da hätte ich ich habe keine zeichnung und drückt ach so scheiße entschuldige was soll jetzt wieder sein aber ich muss auf die dinge schießen ja es tut mir leid aber ohne lösung oder anleitung oder und zehn mal probieren und 20 mal sterben kommst du da keine zwei meter weit und ich bin jetzt auf leicht und alles und bla bla wir müssen da rein oder ja also da geht nichts oder da ist zu witzig haben du kommst doch gar keine fünf meter weit das macht ja dann auch herzlich eigentlich fast wie ja ich weiß nicht wenn du so zwei meter kommst und dann ja gut aber bitte das soll jeder auch schon her ich habe nicht mehr schießen kann nicht mehr schießen kann man da die kisten nicht umschießen oder irgendwas na gut da müssen wir da rauf mensch der geht aber komisch jetzt ist fixed camera ich kann nicht schießen sehr witzig also spiel ist jetzt wieder fix fixierte kamera wunderbar zeit nee ach so ich dachte schon dann läuft die den zeit ding zeit kommen wirkt mich doch am arsch jetzt kann ich gar nichts mehr machen worte über spiel alle gutes schönes spiel kann ich jetzt gar nicht unterschließen wo muss ich hin da ach so das kann man mal gucken was da drin ist seit es hat ihm im letzten teil also im fünfer hat die kollegen das immer gemacht wie ich jetzt so na egal wir müssen das ding wir machen wir können sie finden kann ja mit so schwer sein soll ich überhaupt kommt Eier zum Monster und ein was ist das hier Glück kein Mensch keine Ahnung aber es gefällt mir nicht da sprichst du mal was wahres aus Kollege huch war das ein Spiegelbild oder geht da einer rum da geht einer rum da geht einer oder Hilfe klopft da sind da Leute drin Kollegen da sind da müssen wir hin hey da sind Kollegen drin schau mal oder schau das ist aber kein Spiegelbild oder Kollegen dann gehen wir jetzt kommen jetzt gehen wir einfach da rein komm ich mag jetzt geht er nur noch jetzt hauen wir das noch mal damit ich irgendwas mache schau her ich will wenigstens irgendwas machen anschauen kann man das schießen kann ich nicht mehr gut da kann man aber das noch umhauen damit ich irgendwas noch mache dann geht's gehen wir da rein jetzt geht er nur noch sehr schön untersuchen tolles Spiel also äh ah ja verschlossen und was muss ich jetzt machen äh oh ne oh ne sind wir hier im Versuchslabor oder wie scheiße jetzt kommt wieder ein oh ne oh ne uh das sind irgendwelche bösen oder ah oh hoppla ich will mal die abschließen ich versuche ihnen das schloss aufzumachen aber es ist gut gesichert ah ich werde es weiterhacken aber versuchen sie es mal hell zu umgehen ach so ach so alles muss ich wieder warten oder und den Dinger oh Dinger ausweichen also halt mich in den Gerüsten frei äh komm wie soll ich denn das machen einfach aaaah das sind aber viele äh hm Entschuldigung jetzt spiele ich aber auch leicht gell äh ja was soll man mit dem machen ich mag die nicht mehr aua au was soll ich mit dem machen Kollege abschießen abschießen auch ja naja gut ok ah ich muss die Maus nehmen na komm Sicherheitsverstoß jetzt jetzt macht er irgendwas raus schon gut also das Spiel ist mehr als jemand möchte nicht dass wir eh da kriegen aha vielleicht arbeitet sie nicht allein auch ah ne aha jetzt schon jetzt schon wieder komm ich mal was jetzt was jetzt was soll ich jetzt wieder machen ich dachte er auf die Tür auf jetzt also achso ah ne jetzt da sind die Koffer offen jetzt müssen wir da hingehen sehr schönes Spiel also man muss wirklich sagen das Spiel ist äußerst schön also ich freue mich Spielspaß schau her es ist richtig schöne rote Küsten da geht es ja komisch Spielspaß ohne Ende äh huch was ist warum rot oh ne ich muss jetzt umhauen äh ne was ist da da ist ein Schalter oder wie ich muss jetzt da hin oder wie verfolgen sie also oh oh geht da wo oh ne oh mhm toll und now achso die muss jetzt verfolgen verfolgen was kommt scheißegal irgendwas machen aha jetzt muss ich da hin oder wie da hin komm beng da ist sie ach 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 irgendwelche Kollegen witziges Spiel also ich hab null Ahnung hoppla null Ahnung aber witzig äh Spielspaß dieses Spielspaß komm jetzt aber irgendwas keine Ahnung Quicktime Event komm jetzt wär doch mal ein Quicktime Event ganz nett oder komm schönes Quicktime aber auch leicht macht das angeblich sehr ich hab mir jetzt auf leicht gestellt auf leicht macht das angeblich selber das Quicktime oder auch nicht keine Ahnung man weiß es nicht die wissen es nicht was macht er jetzt mhm mhm ok Pause aha tja das frage ich mich auch äh ach ich hab Weihnachten noch was vor ach weil noch nicht vorbei Ostern der nationale Sicherheitsberater hier hab ich meine Männer verloren ich über 70.000 Menschen na gut 70.000 hallo gut warten wir mal ab was keine Ahnung warten wir mal kann das sein äh mhm ich weiß gut und trotzdem schützt du diese Frau mhm schuldig richtig muss man so sagen ähm man könnte sich derweil ähm die Fingernägel feilen oder irgendwas oder warte ich schau E-Mails an äh Passiert was? achso weck mich auf wenn was passiert ähm Passiert was? mhm ahja hühe 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 ah ja wusste ich gar nicht hühe aber ähm BSE Rinderwahnsinn oder? B.S.E. Rinderwahl. Äh. Hä? Ja, schauen wir mal. Haha. Er ist genauso blöd wie ich. Ich vertraue ihm. Na gut. Na los. Aha. Folgen Sie, Derek. Gut, toll. Na gut, dann. Kann man da nichts anschauen? Irgendwie. Oder was nehmen? Also. Oder machen? Kann man was machen? Geht's da? Ach, da geht's jetzt runter, oder? Mhm. Ah. Ah, da ist sie. Da sind die Kisten. Die haben wir jetzt. Damit wir irgendwas machen hier in dem Spiel. Ich will ja irgendwas machen. Oh, da geht's. Ah. Und das Searchen. Oh. Äh. Kann ich aber nicht raus, oder? Ach so. Da ist noch eine Kiste. Äh, da müssen wir raus, oder? Sonst kann man da nix machen, ja. Da. Kommt nix mehr. Oh. Ne, das ist doch. Ja gut. Da. Ne, geht's nicht drin. Gut, dann gehen wir da rein. Leon, sind Sie wirklich damit einverstanden? Äh. Unser Ziel ist Simons. War das schon immer. Puh. Freuen Sie, dass Sie ihr nicht gefolgt sind? Um Ada kümmern uns später. Ada. Jetzt geht es einzig und allein um Simons. Aha. Gut. In Ordnung. In Ordnung. Holen wir uns den Schweinehund. Haha. Schweinehund. Auweia. Ah. Jetzt bin ich draußen. Na gut. Da kann man nix mehr. Das so. Da kann man nix mehr machen. Witzig. Na gut. Oh, jetzt kommt ein Quicktime-Event. Und ein, äh. Schaut er nach oben. Jetzt fällt der Kran um, oder? Und ich muss ausweichen mit einem Quicktime-Event. Wir hatten jetzt schon lang keins mehr. Äh. Okay. Äh. Mhm. Kann ja nicht so schwer sein. Oh. Ah. Zug. Oh, weia. Genau. Simons. Oh. Oh, nee. Oh, nee. Das kommt aber unerwartet. Mhm. Ah, jetzt kommt die andere. Nein. Halt. Wieder. Ah, Agent Birkin. Perfektes Timing. Seien Sie so nett und nehmen Sie die beiden fest. Ja. Sie sagen, Sie stecken hinter dem Terrorangriff. Stimmt das? Ah. Was? Laufen wir herum und reiben Sie dem unter die Masse? Herr Präsident ist tot. Tja, dafür können wir uns bei Leon bedanken. Haben Sie zu hell, Simmons? Beseitigt Sie. Hm, oh. Oh, nee. Oh, nee. Nein, aufhören! Oh, nein, was was los? Feuer einstellt. Oh, ja, die beiden da können wir noch gebrauchen. Na gut. Das... Erfreut mich jetzt. Werden Sie es bis zu dir schaffen? Oh. Warum machen wir Sie nicht kalt? Weil Sie sich um Sherry kümmern müssen. Können wir das beenden? Ich habe Wichtigeres zu tun. Und was werden Sie beide jetzt tun? Ihr ledigen Simons. Na. Hier sind Informationen drauf, wie man den C-Virus stoppen kann. Simons will sie. Danke. Seide eine SD-Card. Oder wie? Bewegung, Bewegung. Warnen Sie die Männer draußen. Oh, oh. Tolles Spiel. Oh. Kommt ein Böser. Sie hat mich erwischt. Oh, jetzt wird der zum Monster, oder? Aha. Schlecht. Wie gesagt, weckt mich auf, wenn ich mal spasse. Oh, jetzt muss ich einen Quick-Time. Event machen. Oh, jetzt kommt hier. Jetzt pass auf. Jetzt kommt ein Quick-Time. Ah, er sprach. Oh. Oh, oh. Oh, jetzt müssen wir da reingehen, oder? Wahrscheinlich. Oh, oh. Das ist wieder der klassische, klassische Zombie-Zug, ZZ. Der Zombie-Zug. Den gab es auch schon im allerersten oder zweiten Teil, glaube ich, oder? Das, was ich neulich da gespielt habe, das fing ja in einem Zug an. Wir gehen jetzt da einfach durch, oder? Und, äh... Und, äh... Wir kriegen Sie, Simmons. Oh, tja, so schöne... Es wird Zeit, dass Sie für Ihre Taten büßen. ...Kollegin. Ah, da muss ich dann oben irgendwie wahrscheinlich auch rauf oder so warte. Oh, oh. Ne. Doch. Hm-hm. Witzig. Schau, wie er das so schön langsam aufmacht. So, als würde er ahnen, dass da gleich Unheil droht. Ah, jetzt müssen wir da rauf. Jetzt droht Unheil. Roger. Oh, oh. Jetzt müssen wir uns gleich ducken. Äh, äh... Deckung. Oh, ne. Ich gebe Ihnen nur das, was Sie mir gegeben haben, Sim. Ah, ah. Zuerst haben Sie Angst. Oh, ho, ho. Aber keine Sorge. Sie werden nur zu dem Monster, das Sie immer waren. Na toll. Sie und alle anderen auf dem Planeten. Oh, alle anderen. Oh, ne. Jetzt... Hau mal ihn. Das Spiel ist aus. Oh, weia. Na komm, jetzt passiert was. Achtung. Sie verfolgen mich, während diese Frau frei herumläuft. Ah, die Ada ist eine Büse, oder? Die Verräterin Ada Worm. Ah. Wer weiß, was Sie noch braucht. Na komm, der haut sich das. Das Team sucht Sie. Gleich kommt doch so ein... ...Dinder. Brücke. Oder so. Hm. Eine Oberleitung. Ah, ja. Ah, ja. Kochbuch für Horrorfilme, Teil C. Schau mal, wie sein Halsband wackelt. Schau. Siehst du? Sein Schnürchen da. Siehst du? Wie kann sie mir das anzuhören? Muss die Grußaufnahme anschauen. Aha. Gut. Ja, mutiert jetzt zum Monster im Rufe. Welch Überraschung. So. Oh, oh. 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 Hoppla. Oh. Oh. Achso. Oh, oh. Entnauf Oh ne Au Jetzt müssen wir den erschießen Oder? Einfach mal drauf schießen Oder müssen wir was anderes machen Ne Jetzt ist er wieder da Hängen wir ihn ab Solange wir noch können Oh 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 jetzt kommen wir Nochmal schießen oder wie? Kommt einfach nochmal drauf Au Wie egal Es gibt kein Event Oder einfach schießen Da schlägt es Ah der wackelt Das gilt schlicht Gilt nicht Ah 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 komm was muss ich machen Au Da mal eine Großaufnahme Hilfe Wo ist er Ah Da hat keine Geht schon Jetzt Stopp schießen oder Ah ne Haut ab Ja entschuldige Nicht anrufen Ah muss ich jetzt den hinterher oder wie Oh Jetzt will er abhauen Ah der haut ab Ne Muss ich ihn jetzt Besiegen sie Ah ne Was wo ich komme rauf Warte Ne Äh Ah ah oh oh ooh Und ne Äh Wo ist er Warte Einfach mal schießen auch war ja wo wo jetzt wo muss ich ein zwei seiten wo sind die kollegen zwei seiten gleich im kleister muss jetzt da runter da sind wir da hinten rum lieben sie aber hier oder was kann nichts machen müssen die kollegen aber müssen dann zwei seiten ach scheiße wie muss ich das jetzt wieder machen ach sie muss jetzt oben rauf oder wie und ihm ist unten oder so das kommt vom baulein wird der wackelt so kann man nicht schießen der wackelt eine lube von zwei seiten ach komm was denn jetzt ahhh das ist kack Einer muss rauf oder wie? Ja! Ah! Das ist ja ein bisschen... Was müssen wir denn machen? Äh... Ist alles okay? Ist der tot? Nein! Du kannst... Au! Blöd! Blöd! Das muss Einbildung sein! Ja! Genau! Das glaube ich auch! Au! Au! Ah! Was? Runter vom Zug? Ach komm! Hätte ich jetzt dann wieder einen Zug? Bin ich jetzt tot? Jetzt bin ich tot! Ach toll, was hätte ich denn da machen sollen? Ach, leck mich doch am Arsch! Ich will da runter? Ich lecke ihn ab! Ah! Muss ich laufen, oder nicht? Warte! Muss ich laufen? A drücken? A drücken, oder? Ah, warte! Keine Ahnung! Oh! Oh! Ah, drücken! Oh! Ah! Betreuung! Ich habe gedacht... A, der ist galoppiert da nebenher! Ach nós! Oh, so süß! Oh, ne! Au! Oh, schau! Wie ein Hundi! Was muss ich noch machen? Ah! Abschießen! Oder? Abschießen! Das ist galoppiert ja da auf dem Ding hinterher, hinten raus. Ah, jetzt kommt er wieder rein. Ah, ach komm, ah nee, ach komm, bitte komm. Ah, warte, ah, oh nee, ach komm, das Spiel ist doch scheiße. Ah nee, ist das Spiel scheiße, wo ist er denn jetzt wieder? Ah, jetzt will ich quickchallen, Achtung, oh nee, ach ist das Spiel, das ist die, ah nee, ach komm. Sonderlockner, ich muss da schießen. Ah, jetzt hab ich ihn. Oder auch nicht. Na gut, ähm, sauerab, bläh. Witziges Spiel. Äh, äh, jetzt noch mal schießen, keine Ahnung. Na, der Arme. Ähm, also komm, naja, kein, kommen, ha? Ja, ja, das wollen wir auch gar nicht wissen, komm, jetzt kommt er wieder. Ah ja. Oh, lustig. Also, haben sie schwer. Oh, nee, warte, schwer was überlegt, ich hätte nur ein Schießen, oder nicht? Oh, nee. Hoppla, in die Fresse. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Ja, haben sich toll, toll, sich tolle Gedanken gemacht, die Spiele machen hier. Also viel, viel, äh, ja, Action, viel Ding. Viel Zinoba. Oh, schau her, also, wirklich süß. Süß, äh. Oh, nee. 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 Schusser Trick-time, event. Achtung. Trick-time. Ähm. Springen. Super Spiel. Also, das muss man jetzt schon mal sagen. Äh, das Spiel ist so gut, dass ich's gleich mal löschen werde. Oh, schau her. Oh. Das ist die Golden Gate Bridge, oder? Hoppla. Na nix. Äh. Also, ganz tolles Spiel. Muss man schon mal sagen. Du gehst, die sich zum Zugehört. Oh, nee. Freunde, jetzt müssen wir wieder Pause. Also, ich schalte jetzt mal das Video aus, weil wir haben schon wieder eine halbe Stunde. Und bitte keine Kommentare über das Spiel an sich, oder sonst was. Ja, du kannst mich auch gleich einordnen. Ich werd dir gleich mal was einordnen. Es gibt dir keine Anzeichen für eine C-Virus-Infektion. Gut, Freunde, ich schalte hier mal das Video aus und schalte es dann wieder ein, gell? Also, tschüss, bis gleich.